Was wünscht ich heute? Die große Gare heißt so, die Runde nicht. So, die Schüsse muss man schon runterhalten. So, was auch ordentlich sind die ganzen Runde, drei zu den Schüppseln. Der Sohn ist auch ein Stück. Meine große Schüsse hat nicht mehr. Das sieht mir die ganze Reihe, ne? Ja. Herr Doktorik, ich esse nur eine kleine Schelle zufrieden. Das ist auch gut. Und das ist jetzt nichts anderes. Dann nehmen wir die Gegenlast. Vielen Dank.